Christoph, lass spritzen! Lass spritzen! Lass spritzen! Wir wollen den Knall sehen! Komm, schüttel ein bisschen! Wenn, dann wollen wir auch was sehen! Wie lange ist der jetzt hinzu? Warte, ein bisschen Honig aus! So jetzt! Das klappt gleich! Hey, es wird's was! Eins! Eins, zwei! Moment, Moment, Moment! Ich strenge mich ja schon ein! Ich glaube, du hast doch nicht so viele Flaschen aufgemacht, oder? Ja! So, geht los! Hast du? Ja, ich hab's! Warte, Christoph! Oh! Scheiße!